hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge mit mir eurem sepp servus ja wir machen weiter im winter gucken wir schnell in den fernseher living in the land dort brauchen wir nicht kalender habe ich vorhin auch schon geguckt da steht nichts an aber das festival wer ist mein secret friend maya levis ok aber bis jetzt habe ich immer nur scheiß geschenke bekommen das interessiert mich eigentlich nicht großartig mich interessiert es mehr eisen zu bekommen und dazu müssen wir wahrscheinlich noch mal in die mine auch wenn es nicht sehr erfreulich ist hier wegen einem spreng klar müssen wir die mine auch so noch gedöns abzutreten oh mann oh mann oh mann nehmen wir da einen spreng klar weg wir gehen jetzt einfach kurz in die mine kann ja nicht schaden außerdem können wir dann vielleicht auch wieder ein paar regenwürmchen sammeln genau wie ich es mir vorgestellt habe kupfer er hat es echt immer viele würmchen in der bus station da wollte ich nicht hin in die mine so mine 40 noch mal das eisen hier war das eisen und die kohle da ist südeisen ha ha da ist es dort brauchen wir nicht wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir das eisen das hoch geschätzte eisen aber das brauchen wir wegwerfen wir sind so übelst zu gemüllt unglaublich immer noch ein stein dabei egal mit der kiste ab nach oben gehen jetzt hier wieder in die 40 so wow jackpot jungs jackpot habe ich das ist genau das auch was ich euch schon mal erzählt habe mit dem trick immer wieder auf 40 gehen und dann da rein oder auch dann mit dem gold auf 80 und bam jackpot habt ihr mal hier megamäßig viel eisen und in der hoffnung dass die glücksträne jetzt weitergeht gehe ich mal ein level tiefer weiß absolut gar nichts warum leuchtest du habe ich dir erlaubt zu leuchten warum leuchtet der wirklich irgendetwas besonderes für mich nein gut ich möchte nicht weitergehen machen das ding einfach normal jetzt ist ab geht's und leider nicht aber wir haben schon mal gut hier äh 53 sind wieder zehn bachen kann man echt nicht meckern ist wirklich gut mal dass man da mit der spitzhacke so lange braucht das geht mir ein bisschen auf den nerv es ist da am full inventar mal mit dem geht es noch ganz gut das heißt wir können einfach weitermachen nur ein bällchen macht nur einschauen normalerweise tropfen die auch kohle das kann ich was mit dem momentan los ist ja lass mich rein wohin schlägst du eigentlich geht's ja noch gut stimmt sind aquamarinen nein ein diamant aber diamanten kann ich nicht aufheben also werden wir wegwerfen wenn ich schon noch hier hinten gelaufen bin nehme ich das auch jetzt ist doch gleich mit nochmal diamanten ich will da rein warum geht das nicht gar nicht das hier wirklich gar nichts tschüss ist mich in ruhe boah das ist ja mal hardcore gibt auf jeden fall gut kommt punkte vielleicht steigen wir dann im fighting level mal auf wenn das überhaupt die auch irgendwelche level bemessungen haben dann natürlich nicht wir nehmen jetzt da drüben noch das eisen mit so gehen raus und ab nach hause ich denke wir haben erstmal ein bisschen genug eisen gesammelt da ist noch ein würmchen kupfer nobody needs kuppa das braucht auch keiner so nach hause und ab zu den schmelzöfen das frisch gewonnene eisen gleich mal zu schmelzen den rest lagern wir ein wenn wir noch platz das brauchen auch nicht hier gerade so fledermausflügel können hier rein was kann hier noch rein steine können hier rein das kann hier rein die karotten kommen in den kühlschrank das kann hier rein das kann hier rein das nicht so das kommt in den kühlschrank die eier das kommt hier rein das kommt hier rein die eier kommen hier rein packen wir doch den sirup hier rein ok dann verticken wir das hier das hier das hier das hier das nicht die diamanten verticken wir das verticken wir was brauchen wir noch so haben wir denn schon in den fernseher geguckt heute haben wir schon wie sieht es denn mit dem kalender aus ist soweit ok und wir können eine runde schlafen gehen und wir haben die presse bekommen nice 2000 die diamanten geben richtig kohle aber wenn die diamanten so richtig kohle geben warum zum teufel bin ich eigentlich so blöd und werfte nicht in den kristall maker das wenn er alle zwei tage 1500 so gucken wir mal ob wir noch einen diamanten irgendwo übrig haben bestimmt jetzt nicht doch haben wir sogar noch und den werfen jetzt einfach hier rein seht ihr und wir können haufenweise diamanten jeden tag verticken ist ganz gut mit dem rainbow game funktioniert das leider nicht der ist am meisten wert so den rest brauchen wir gerade eh nicht dann können wir auch hier diamanten herstellen apropos diamanten können wir nicht diesen kristalline dings schon herstellen nee weil wenn man das gerät dann sicherstellen kann das kostet aber glaube ich iridium dann könnte man nämlich da so eine riesengroße diamanten produktion aufmachen und das zeug verticken bis zum geht nicht mehr jeden tag ok genug geträumt wir brauchen jetzt noch das hier und einen gold hey wir haben kein gold baron das wäre jetzt nicht so witzig und keine kohle dann brennt das erst mal dann dauert das noch mal das können wir hier rein die kohle können wir wieder zurück das brauchen wir nicht das ist ja das einen sprengler brauchen wir noch mehr wenn ich das richtig gesehen habe genau aber aufs pferdchen und schnell mal nach den hühnern schauen ich hoffe wir haben jetzt schon unsere big unsere dicken eier ach und natürlich hätte ich fast vergessen mr bean so wie süß ist das denn kleine schwarzes hühnchen drücken drücken so ei ei brauche aber ein dickes gib mir ein dickes ei ab zurück weil das gold brennen dauert ewigkeiten ich weiß nicht ob das immer so viel ist weil ich bin mir nicht sicher ich glaube da gibt ja nur eigentlich relativ wenig aber ich habe dieses komische artisan gut letztes mal genommen dass das mehr gibt vielleicht zählt das darunter ich weiß es nicht ich weiß es wirklich nicht jetzt bocken wir das mal hier rein soo fertig unsere große farm dann sieht das ende gar nicht soo und wir gehen wieder schlafen und weil wir natürlich krass in time bleiben müssen können wir gleich nochmal schlafen ich habe sie ja versprochen dass wir den winter schnell rumkriegen soo ob du winter essen bin zu hart zu jaja ne ich gebe dir kein hardwood das brauche ich selber so schnell mal bei den tieren vorbeischauen eigentlich das wichtigste sonst kann ich eh nichts machen müsste natürlich holzfarmen gehen aber dazu bin ich zu faul unser void hähnchen ist auch schon groß würde mich interessieren für 252 das ist ja nicht man lohnt sich ja nicht mal das ausbrüten von den dingern aha die fledermäuse haben wir auch noch die hätte ich fast vergessen ah ne beach haben wir aber schon bestimmt ja das war so ein schweißdruck nein nein das war so sehr Bestimmt habe ich jetzt vorhin, wo ich einfach wieder pennen gegangen bin, irgendwas verpasst, was das Kochen angeht. Aber okay. Das tue ich nicht alles für euch. Soll ihr, gebt ihr irgendwann mal auch einen Rerun. Die Wolle. Jawolle. Wolle, Wolle. Wolle, Wolle. Wolle, Wolle. So. Den Rerun. Genau, ich habe es verpasst, bestimmt. Ich weiß schon, wie man Omelette kocht. So, morgen nochmal. Majo Levis. Dem schenke ich nix. Der hat da mit einem Bäuerin geschlafen. Das ist total uncool. Und ich soll dann auch noch seine Unterhose finden. Fand ich gar nicht witzig. Ich kriege immer noch keine dicken Eier von denen. Vielleicht, weil sie zu unzufrieden sind. Mit meiner Art und Weise, wie ich mit ihnen umgehe. Ohohoho. Na gut. Wir müssen schnell schlafen. Schauen wir schnell in den Fernseher. Living in the Land. Bla, bla, bla. Alles klar. Radieschen-Salat. Achso, wir könnten auch noch, apropos Radieschen. Wir könnten ja auch noch die Casino-Quest machen. Die müssten wir ja auch noch fertig machen. Eigentlich ganz interessant. Na gut. Aber das und vieles mehr in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim selber daddeln, wie immer. Ich bin erstmal raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Sepp. Ciao, ciao.